Willkommen zurück zu Lego Batman. Wir sind hier gerade auf der anderen Seite und naja, wollen auch hier das erste Level zu 100% machen. Nunja. Das Level. Nunja. Das wird noch lustig. Alter. So. Hier gibt es noch einige Zeugs. Warte. Gab es hier noch etwas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. 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 Nein. Hier oben gab es nichts mehr. Okay. Das war dann... Ja. 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 Was nun? Kannst du mir das mal erklären? Ja gut, ähm, haben wir aber schon. So, du kommst mal da weg, bitte. Lass mich bitte nach oben. Alter. So, jetzt brauche ich allerdings... Sie. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir machen's. So, jetzt brauche ich mich. 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 So, einmal durch wechseln und den ersten Schalter drücken. Noll, na mach schon, bastel das Ding zusammen. Ich weiß schon, was zu tun ist, aber dafür brauchen wir das eine rote Auto. Ich weiß schon, was zu tun ist. Dazu brauchen wir das eine rote Auto, was wir gesehen haben. Ich weiß schon, was zu tun ist. Wie kriege ich das rote Auto jetzt denn drauf? Ich weiß schon, was zu tun ist. Ich weiß schon, was zu tun ist. Okay, das geht nicht. Das geht schon mal gar nicht. Das heißt, es muss noch irgendwo was anderes geben. Gucken wir uns erstmal genau um. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler. Okay, da wäre eins. Nein, du sollst das nicht. Du sollst das Ding bauen und nicht Bomben setzen. Da oben ist ja auch noch eins. Alles klar. Okay, das war der rote Stein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber ich denke mal, dass das letzte hier oben sein muss. Das ist eigentlich auch logisch, weil... Oh nein. 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 Leider kannst du es mir nicht leisten, ne? Weil man braucht halt eine Million oder so... Bis zum nächsten Mal, ciao!